Er hat zweimal die Vierschanzentournee gewonnen, einmal den Skisprung Gesamtweltcup für sich entscheiden dürfen und auch noch bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Place die Silbermedaille geholt. Die Rede ist von Hubert Neuper, der allerdings nach seiner aktiven Karriere auch visionärsmäßig unterwegs war. Nicht nur Pilot, Sportmanager, sondern auch Buchertor ist. Servus. Servus, Martin. Jetzt hast du schon dein zweites Buch geschrieben. Vielleicht können wir das auch einmal hochhalten in die Kamera. Ich darf alles. Ein sehr definierter Titel. Wie kam es zu diesem Titel? Warum hat sich der ergeben? Der Titel repräsentiert oder soll kein Aufruf sein zur Anarchie. Ganz klar. Das Ich darf alles bezieht sich darauf, dass wir eine Intuition haben, die uns eigentlich immer den richtigen Weg weist, den wir gehen sollen. Und wenn jetzt intuitiv irgendwas uns einfällt, dann wird unaufgefordert der Verstand Argumente bringen, die sich auch noch sinnvoll anhören, es nicht zu tun oder anders zu machen. Und dieses Abweichen von der Intuition hinterlässt Spuren auf der Seele, weil man eben nicht seinen Weg folgt. Und wenn man das immer und immer wieder macht, dann ist es so, dass das irgendwann so gefüllt ist und du eigentlich ein gutes Leben hast. Aber letzten Endes diese Zufriedenheit, nach der wir streben, das Glück. Und ich darf alles so mit daran erinnern, dass ich der Intuition folge, auch dann, wenn der Verstand vermeintlich Argumente bringt, es nicht zu tun. Und deshalb heißt es, ich darf alles so mit darauf besinnen, dass es wichtig ist, seinen persönlichen Weg zu gehen, der nichts mit Denken zu tun hat. Also es soll somit auch eine gewisse Freiheit eines Menschen generieren. Der Verstand ist aber manchmal auch vielleicht dazu da, um gewissen Ängsten vorzubeugen, dass doch Gefahren entstehen könnten. Ist vielleicht diese Verstandsfunktion manchmal gar nicht so schlecht, um einer möglichen Gefahr aus dem Weg zu gehen? Der Verstand ist ein hervorragendes Instrument, wenn wir ihn benutzen. Aber in den meisten Fällen benutzt er uns. Angst zum Beispiel. Angst ist ja durch nichts begründet, was jetzt gerade geschirrt, sondern möglicherweise. Aber die Angst bindet das verstandesgemäße Denken. Und damit ist es fast unmöglich, den jetzigen Moment, was übrigens auch ganz fix ist, dass wir den jetzigen Moment immer bewältigen können. Und sogar die Intuition sagt uns, was zu tun ist. Und deshalb glaube ich, ganz wichtiges Instrument. Aber er soll erst dann zum Einsatz kommen, wenn wir sagen. Und nicht selbstständig sich Angst machen, jetzt wo eine neue Dynamik entstanden ist, wo so viele Menschen Angst haben. Die, wenn man darüber redet, der Verstand Argumente bringt. Nicht, es gibt Energiekrise, Krieg und und. Und wenn ich das weiterdenke, das tut er ja selbstständig. Was unterm Strich rauskommen kann, dann sitze ich da wie gelähmt. Und vor Angst kann ich nichts tun. Wenn ich aber reflektiere, wie geht es mir jetzt in diesem Moment, wird es ganz still im Kopf. Weil es kein Problem gibt. Und wenn es eins gibt, dann hast du die Intuition, die dir ganz klar sagt, tue das jetzt, regle das. Und schau, dass du wieder auf die Schiene kommst. Gut, er soll quasi ein allgemeiner Ratgeber auch sein, um seiner Intuition im Leben zu folgen. Ist das allgemein gültig oder zielt das auf eine gewisse Personengruppe ab, die vielleicht gewisse Persönlichkeitsmerkmale auch mitbringt? Nein, es ist allgemein gültig. Die jungen Leute haben den Vorteil, dass sie sehr stark noch intuitiv, die haben noch nicht diese Lebenserfahrung. Weil diese Herausforderung ist, je mehr wir über das Leben lernen, desto mehr kommen wir von dem Weg ab, der für uns vorbestimmt ist. Wir sind immer inspiriert, wir denken nach, um Gottes Willen, was passieren kann. Und ich möchte es jetzt nicht als Ratgeber sehen, weil das wäre ein bisschen anmaßend. Aber ich habe mich gefragt, warum bei so einem gewaltigen Leben, das ich führen habe können, immer wieder Situationen, Lebensumstände erschaffen wurden durch das Denken, die mich einfach unangenehm reagieren haben lassen und meine Zeit schlecht gemacht haben. Und das habe ich dann niedergeschrieben. Ich wollte herausfinden, warum ich so bin, wie ich bin, weil ich mich ja schon sehr lange mit dieser Thematik auseinandersetze. Warum suche ich immer noch Aufmerksamkeit? Und warum glaube ich, dass ich nicht genüge? Und das habe ich in den letzten vier Jahren recherchiert, in allen möglichen Dingen. Ich habe Gespräche geführt und diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich in dem Buch zusammengeschrieben. Und um es auszudrücken, es betrifft in unterschiedlicher Form, ich habe meine Geschichte, du hast deine, aber es betrifft uns alle. Und im Grunde geht es darum, wenn du den jetzigen Moment mit deiner Großartigkeit fühlst und deine Sinne beim Touren mit einbeziehst, wie kann dann die Zukunft oder die Vergangenheit schlecht sein? Und wie gesagt, jetzt kann es sich immer lösen. Und um das geht es da drinnen. Zuerst einmal das Erkennen, was war, das musst du einmal alles ausspucken. Man glaubt immer, man ist ein Opfer von irgendwen, was eine reine gedankliche Sache ist, eben vom Verstand erzeugt. Weil es ist immer deine Entscheidung, wie du auf das Verhalten anderer Menschen reagierst. Es ist nie einer wirklich schuld, obwohl der Verstand oder das Ego glaubt, der war jetzt aber richtig unsympathisch oder unfair oder was auch immer. Jetzt hast du persönlich davon gesprochen, ich habe meine Geschichte, du hast deine Geschichte. Wenn man jetzt deine heranzieht mit sportlichen Erfolgen in jungen Jahren, dann mit 25 der Switch ins Berufsleben, der dir auch relativ leicht gefallen ist, du warst vielseitig unterwegs, hast dich, glaube ich, auch immer auf unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur gut behaupten, sondern auch verwirklichen können. Wie viel Freiheit hast du trotzdem auch liegen gelassen in der Zeit, wo du deiner Intuition möglicherweise nicht gefolgt bist? Ja, ich habe eben festgestellt in dieser Recherche, dass wir Prägungen haben, von denen man auf gar nichts weiß, die Glaubenssätze entstehen haben lassen. Bei mir in frühester Jugend, wie zum Beispiel in der Zeit, wo ich mit zehn Jahren in das Internat gekommen bin, ist bei mir der fixe Gedanke bei dem zehnjährigen Buben entstanden, dass er nicht mehr geliebt wird. Und er hat verstandesgemäße Beweise gehabt. Ich habe nicht heimfahren dürfen, ich bin von wildfremden Menschen bestimmt worden und zur gleichen Zeit ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Und das alles war für mich klar, dass ich ausgedient habe. Und jetzt musst du diesen Mangel ja irgendwie kompensieren, weil du musst ja mit dem Leben zurechtkommen. Und die Kompensation war, dass wir Schutzreaktionen, die das ganze Leben, ohne dass du es weißt, angewandt werden, zu beweisen, dass du der Beste bist, dass du genügst, ist sowas. Aggressiv zu sein, beleidigt zu sein, Opferrolle, Selbstmitleid. Und je älter ich geworden bin, desto mehr ist mir diese Rolle, die ich da eingenommen habe, am Nerv gegangen, aber ich habe nicht gewusst, warum ich so bin, wie ich bin. Und in dieser Recherche der letzten drei Jahre, bin ich zumindest einmal, habe ich mal erkannt. Und jetzt ist die Phase, dass ich das annehme, dass es so ist, wie es ist. Sonst wäre es eh anders gewesen. Und das will das Ego gar nicht. Das Ego sagt, aber hör auf einmal zum Jammern. Aber man muss hinschauen, dass das einmal alles auferkommt und dann kannst du dein Verhalten ändern. Was das Allgemeine in unserer aktuellen Gesellschaft betrifft, würde ich auch ganz gern einfließen lassen. Die sogenannte Generation Z, sprich Menschen, die um die Jahrtausendwende und später dann auch geboren sind. Da sagt man immer wieder, dass sie die Freiheit präferieren. Der Freizeitaspekt eigentlich immer wichtiger wird und das Arbeiten in den Hintergrund rückt. Ist das mit deinem Buch vielleicht auch irgendwo gleichzusetzen, dass man sagt, Arbeiten ist vielleicht nicht alles und die persönliche Freiheit muss mehr Aufmerksamkeit bekommen? Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass der Mensch eine Aufgabe hat. Weil du wirst, wenn du nur Freiheit und Anführungszeichen hast, keine Struktur in deinem Leben wirst deppert. Das braucht es auf jeden Fall. Es braucht es auf alle Fälle. Aber die Balance, die wir jetzt genetisch wahrscheinlich auch noch von dieser Kriegsgeneration in meinem Alter mitgekriegt haben, du musst dich jetzt einmal richtig reinhauen, dass du dann im Alter besser hast, das hat diese Generation Gott sei Dank nicht mehr. Aber es muss eine Balance da sein zwischen dieser Aktivität, zwischen den Pflichtübungen und der Kür, nämlich Freizeit zu haben. Und ich stelle das auch fest, ich habe zwei Töchter, die das ganz anders machen als wir. Unser einer hat sich noch immer definiert über das, was man gemacht hat. Es war wichtig, zusätzlich durch meine Prägungen, dass ich halt immer das Beste bin. Und dabei vergisst du auf deine Authentizität. Du hörst auf, Pausen zu machen. Du spielst da immer wieder eine Rolle und das ist es nicht wert. Das muss ich ganz klar sagen. Abschließend, um dieses Kapitel Buchschreiben abzurunden, du hast 2003 eine Autobiografie mit Flatline rausgebracht, jetzt 2022 das nächste Werk. Warum ist in der Zwischenzeit nichts geschrieben worden oder hast du dich mit deinen Tätigkeiten quasi ausgefüllt und es war keine Zeit dafür? Ja, 2003 war es ja so, nach dem World Sports Award hat er ein Ereignis und das sieht man, wenn man den Verstand nicht benutzt. Mein Denken derartig fehlgeschalten, nämlich eine Schlagzeile in einer Zeitung, dass ich Steuermillionen in die eigene Tasche gewirtschaftet hätte, was bewiesenermaßen mit Gerichten nicht gestimmt hat. Also es wäre abgeschlossen gewesen. Aber in meiner Vorstellung und in meiner Verselbstständigung meines Denkens habe ich unterm Strich glaubt, dass ich etwas falsch gemacht habe und es ist so weit gegangen, dass ich völlig ausgebrannt bin. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Nashville gegangen und dort habe ich glaubt, dass ich das jetzt verstanden habe. Aber die Zeit habe ich nur dazu genutzt, um all diese Dinge jetzt so zu verdrängen, dass ich mit dem Leben wieder zurechtkomme. Und darum weiß ich, dass Verdrängen nie Heilung ist. Und 2018 ist mir etwas Ähnliches passiert. Auch wieder, wo diese Trigger ausgelöst worden sind, nicht zu genügen und, und, und. Und da habe ich genau gleich reagiert wie damals 2003 mit einer Flucht. Und das war das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, nein, ich muss jetzt nochmal hinschauen, ich muss jetzt herausfinden, warum ich so bin, wie ich bin, weil ich so definitiv nicht sein will, wie ich damals war. Robert, ja. Spannende Einblicke, auf jeden Fall das Buch Ich darf alles, ist übrigens auch erhältlich. Soll jetzt kein Ratgeber sein, aber zumindest irgendwo ein Denkanstoß, dass man öfter seiner Intuition folgt und den Verstand dabei ausschließt. Nach einer kurzen Werbepause kümmern wir uns um das Thema, das ihn persönlich, nämlich Hubert Neuper, Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre beschäftigt hat. Das Skispringen, zahlreiche Erfolge hat er gefeiert und er gibt auch sein Urteil über die bevorstehende Vierschanzentournee ab. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Gespräches mit dem ehemaligen Skispringer, heutigen Buchautor und sowieso omnipräsent in vielen Bereichen, Hubert Neuper. Servus. Servus, Martin. Jetzt haben wir dein Buch schon besprochen, Ich darf alles, hat dich 2022 dazu gebracht, das zu veröffentlichen auf knapp 200 Seiten, aber natürlich deine Vergangenheit bezieht sich auf das Skispringen. Beginnen wir vielleicht mit einem Doppelerfolg bei der Vierschanzentournee 79 und 80. Wenn du da nochmal zurückdenkst und das mit heute vergleichst, wird es sich damals angefühlt und wie war es auch vergleichsweise? Ja, das war überragend, dieses Gefühl, weil ich war nicht wirklich prädestiniert von der Vorgeschichte, dass ich die Vierschanzentournee gewinnen kann. Und sie dann zu gewinnen und dieses Maß an Aufmerksamkeit zu bekommen, das war gigantisch. Von Vergleich zu heute, es gibt heute Anlaufspuren, die aus Eis sind, wo du einen schönen Dreck hast. Man springt mit dem V-Stil. Und zu unserer Zeit war halt das ja so, dass alle der gleichen Spur nachgefallen sind. Wenn es das Wetter zugelassen hat, also der Schnee, dann hat sich eine Spur hineingefräst. Wenn nicht, dann bist du halt aussiegefahren. Und das war dann anders oder es hat keine Windpunkte gegeben. Da ist der Trainer angeschaut und hat gesagt, okay, passt, frei. Und da ist so lange gesprungen worden, bis es halt einer aufgesteuert hat. Und dann sagt, nein, jetzt brechen wir ab, jetzt hören wir auf. Aber der Wettbewerb an sich war immer spannend und es war immer eine Herausforderung, in dem Moment, wo es darum gegangen ist, die Leistung zu bringen. Wie wichtig war auch der Stellenwert. Weil heute, wenn man natürlich in den Fernseübertragungen sieht, dann wird das natürlich tagelang schon angekündigt und aufgepasst. Das war vielleicht damals noch nicht so, aber die Bedeutung zwischen Deutschland und Österreich oder speziell für die beiden Nationen war, glaube ich, schon immer groß. Nein, es war damals, ich möchte fast sagen, gleich, weil dieses Alleinstellungsmerkmal der Vierschanz-Interne, nämlich da, wo überhaupt nichts anderes war, außer das Springen, hat sehr viel große mediale Aufmerksamkeit gebracht. Und damals, muss man noch wissen, hat es nur zwei Fernsehprogramme gegeben und zwei mächtige Zeitungen oder eine in dem Fall die Kronenzeitung. Das heißt, das gesamte österreichische Volk hat diese Aufmerksamkeit über diese zwei Medien transportiert gekriegt. Und das war ein Wahnsinn. Über Nacht bist du auf die Straße aufgegangen und dann sind auf einmal Menschen auf dich zugekommen und du bist vom Menschen eingeladen worden. Du warst ja noch vom Bundeskanzler damals zum Essen, den ich gar nicht gekannt habe, muss ich jetzt gestehen. Also das war schon, die Tournee hat schon seit eh und je diesen Stellenwert. Wenn man gleich dein Buch damit aufgreifen kann, hast du dann oft intuitiv gehandelt oder verstandsmäßig gesagt, ich muss mich vielleicht zurückziehen, bevor mich die Medienlandschaft vielleicht überrollt. Nein, das ist ja das Interessante. Unser Trainer, Baldur Breiml, ein ganz großer Mann, hat gesagt, wenn du Weltklasse werden willst, dann musst du dir das vorstellen können. Nehmen Training. Und damit du das vorstellen kannst, musst du verstandruhig werden. Und ich kann mich erinnern, mit 16 Jahren habe ich begonnen, mental zu trainieren. Mit der Frühartsmittag und am Abend. Und alle drei Monate bin ich zu ihm hingegangen und sage, ich spüre nichts. Und wie ich als Führender von Garmisch, wo ich gewungen habe, nach Innsbruck gekommen bin, hat mein Verstand verrückt gespielt. Natürlich. Es ist mir so richtig bewusst geworden, was da jetzt passiert. Und diese Nervosität hat sich dann gelegt, indem man diese Übungen, die man täglich gemacht hat, eingesetzt hat. Es ist über die Atmen gegangen und in der Sekunde mit einem Atemzug ist es ruhig geworden. Und die Vorstellung vom großartigen Sprung ist im Kopf entstanden. Und dann war die Nervosität zwar da, aber der Verstand hat keinen Einfluss mehr genommen auf die Technik, sondern sie ist einfach automatisch abgelaufen, um es vielleicht so auszudrücken, ich war der Sprung. Das klingt sehr leicht gesagt und das kann man trainieren. Und um das geht es auch da in meinem Buch letzten Endes, dass das Benützen des Verstandes oder Ausschalten des Verstandes eine große Errungenschaft ist. 2008 bis 2015 gab es übrigens durchgehend österreichische Sieger bei der Fischanzentourne. Aber jetzt haben wir schon eine lange Durststrecke, wo er in Kamils doch dreimal gewonnen hat. Er hat einen Kobayashi, glaube ich, zweimal. Aber von Österreich und auch von Deutschland weit und breit nichts zu sehen ist. Ich glaube, das größte One-Hit-Wonder war auch ein Thomas Diethardt, der sich, glaube ich, in der Phase, wo er damals eben bei der Fischanzentourne war, im absoluten Flow war. Wie kann man sich das erklären, dass man in einer Saison einfach nur bei der Fischanzentourne so richtig gut funktioniert? Die Erklärung ist vielleicht so anzulegen, dass er aufgrund von null Erwartung, weil er hat ja nicht gewusst, auf was er sich einlässt, und wirklich guter Vorbereitung, weil ohne dem geht es nicht, das einfach zugelassen hat. Er hat nicht versucht, aus meiner Sicht, ich habe jetzt nicht darüber gesprochen, aber wenn ich das jetzt aus der Ferne beurteilen muss, mit seinem Verstand diese Technik zu beeinflussen. Weil wenn du sagst, jetzt fährst du 27 Meter, du wirst nie die Kante treffen. Und das war intuitiv, hat er das so gut gemacht. Und letzten Endes, warum man möglicherweise nicht weiterhin realisiert hat, ist, weil er dann begonnen hat, nachzudenken, es noch besser zu machen. Und damit bist du am Holz weg, geht nicht. Verstand, das wird es klar. Mickrig. Mickrig. Mickrig wird es auf jeden Fall nicht werden, um die Jahreswende bei der Fischanzentourne. Und Stefan Kraft ist momentan, zumindest wenn man den ersten Ergebnissen Glauben schenken darf, gut auf Kurs. Traust du ihm möglicherweise auch den großen Kuh zu? Und zu deiner Funktion müssen wir auch noch kommen. Botschafter für die nächsten drei Jahre bei der Fischanzentourne. Freust du dich schon darauf? Ich freue mich sehr darauf, ja. Ich bin lange weg gewesen vom Sport, von diesem Sport. Stefan Kraft ist, muss man jetzt sagen, ein wirklicher Ausnahmeathlet. Über so viele Jahre so eine Leistung zu bringen, ist einfach großartig. Und ja, mit seiner ganzen Erfahrung und mit dem Wissen, dass es, wenn es läuft, eh läuft. Und er das auch zulassen kann und auch in der Lage ist, wenn er nicht ganz so gut in Form ist, diese über viele Jahre automatisierte Technik abzurufen, machten mit Sicherheit zum Favoriten. Und wir hoffen es natürlich, dass ein Österreicher gewinkt. Und zu deiner Rolle in den nächsten drei Jahren, inwiefern wirst du dich da ausleben dürfen? Da gibt es ein österreichisches Unternehmen, den Personalshop. Der größte Online-Händler ist Österreichs, der Markenartikel zu Bestpreisen verkauft. Der hat sich entschlossen, jetzt die nächsten drei Jahre die Vierschanzentournee als Hauptsponsor zu begleiten. Weil die haben gesagt, sie geben Geld hinein, dass diese fantastische Veranstaltung von den Veranstaltern auf diesem Niveau gehalten werden kann. Weil letzten Endes wird ja nicht nur die Marke transportiert, sondern wir transportieren mit den Veranstaltungen Werte. Die Begeisterung, mutig zu sein, gerade in Zeiten wie diesen ist das wichtig. Und das hat mir echt sehr gut gefallen. Und die beiden Unternehmer repräsentieren auch diese Lebenseinstellung. Und als sie mich gefragt haben, ob ich das mache, sage ich, das mache ich gerne. Weil das ganze Leben, wo ich Dinge gemacht habe, war auf das aufgebaut, dass wir mit dem, was wir machen, Menschen begeistern. Und wir hoffen natürlich, dass österreichische Resultate zum Positiven daraus sich herauskristallisieren. Hubert, besten Dank auf jeden Fall für Besuch. Vielleicht noch einmal das Buch hochhalten, damit wir ein bisschen Werbung betreiben können. Dann machen wir ein bisschen Werbung. Ich darf alles von Hubert Neuper, ist erhältlich, erkennen, annehmen, tun, das ein oder andere. Genau, Buchabbel oder online, ichdaffalles.at. Und danke. Ja, wir danken auf jeden Fall auch liebe Zuseher. Für Sie bedeutet das, entweder zuschlagen, kurz vor Weihnachten könnte das Ganze noch unter dem Baum landen. Und bei der Fischanzentournee wird es dann um die Jahreswende wieder spannend. Und auch Hubert Neuper wird als Botschafter dort seine Funktion haben. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.